Hallo zusammen, ich bin BösserGummibomb und willkommen zurück zu Let's Suck It Slay The Spire. Wir spielen mit der stillen Aufstiegsmodus Level 16. Ich habe dazwischen mit euch gespielt, das heißt, wir haben jetzt wieder den ersten Boss gekillt, obwohl wir das jetzt letztes Mal nicht getan haben. Wir erhalten ein zufälliges fucking, gewöhnliches fucking Relikt, es ist goddamn Schreibfeder. Let's go. Spiel. Okay? Wir müssen die Höflichkeiten, können sie gleich bleiben lassen. Du monströses, mörderisches, abartiges, nicht wirklich Wesen, weil du bist ein Programm, aber Programm. Eins, zwei, gib bitte drei Feuer. Warum sind da keine vier? Wie ist es los? Wie ist es los? Was soll das? Ja, dann machen wir halt drei Feuer. Mein Gott, eine Elite, ein Shop. Alright, alright, alright. Ist ja okay, ich kann es nicht ändern, also machen wir es so, nicht? Man muss sich immer auf die Sachen konzentrieren, die man auch ändern kann. Nicht auf die, die man hilflos ausgeliefert ist. Beteiligen. Einmal draufhauen, nochmal draufhauen. Ich nehme drei Schaden, bin kein Fan davon. Ich würde lieber keine drei Schaden nehmen. Demstie, geblockt. In your face. Können wir bitte viele Angriffe haben? Das zählt nicht, dass viele Angriffe, das zählt, dass wenige Angriffe. Okay, das nächste Mal haben wir wenigstens Pen Nip. Come on, let's go. Let's go. The Demstie. Okay. Ich meine, ein früher Messertanz hat schon was. Ich meine, es ist wieder etwas Ähnliches, als ich es schon vorher gemacht habe, aber trotzdem. Ein früher Messertanz hat trotzdem was. Ich hoffe nur, wir haben das riesen, ähm, riesenrote Muskelpaket nicht. Als Aristokrat, glaube ich, heißt er. Nein, Aristo, was heißt er? Aristo, Gremlin Aristokrat? Ah, shit, ich habe vergessen, wie das Ding heißt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, wir haben den Typ nicht, weil natürlich Messertanz ist eine Fertigkeit, die ich aber dann trotzdem spielen wollen würde, weil das eigentlich mein Angriff ist. Dann kriegt er wieder Stärke dazu. Dann kriege ich aufs Maul. Und es wäre unschön. Ähm, die Frage, die sich nicht so wirklich stellt. Äh, let's see. Sagen wir mal intelligent, ausnahmsweise. Wir kriegen wahrscheinlich zwei Schläge auf die Hand. Das heißt, wir killen dich mit Pen Nip. Eh nix. Das heißt, wir können ihn nur so gut zweimal verteidigen. Messerscharf kombiniert. Das war knapp. Das weiß ich, mit dem Neutralisieren bin ich nicht ausgegangen. Also, wenn wir nur Schlagen und Neutralisieren, was technisch möglich gewesen wäre, äh, bekommen hätten. Ja, dann nehme ich mir natürlich eine Genauigkeit. Alright. Es nimmt alles Form an. Mhm, mhm. Ähm, also dass ich jetzt natürlich wieder beim ersten Elite sterbe. Aber abgesehen davon, nimmt alles Form an. Wir werden einen verteidigen loswerden hier. Eidi, eidi. Wir machen jetzt trotzdem mal kurz hier, äh, das Neutralisieren besser, weil das Verbesser des Neutralisieren einfach so viel besser ist. Was ich schon circa 10.000 Mal gesagt habe. Also nicht Verbesser des Neutralisieren. Ja, ich meine, das Spiel hat wie immer seinen Sinn vor. Moab, bitte nicht der Gegner. Natürlich kriegen wir den Gegner. Wen denn auch sonst. Ähm, ja, hauen wir einmal drauf. Fassen zwölf Schaden aus. Vielleicht ist es da verteidigen sollen. Ich weiß es nicht. Mir geht alles auf die Eier. Einmal neutralisieren. Schlag, Schlag. Jetzt machen wir ihn stärker. Wir machen ja immerhin 14 Schaden mit dem Ding. Äh, sogar 21 gegen Pen Nip. Jetzt sind wir kurz davor, ins Gras zu beißen. Wie schauen wir aus? Schlecht, okay. Ich werde jetzt trotzdem zweimal eingreifen. Werde ich einmal verteidigen? Ist die gute, berechtigte und doch auch furchteinflößende Frage. Ich glaube, ja. Okay, jetzt müssen wir entweder unglaublich viel Verteidigung bekommen. Oder dich killen. Nein, killen tun wir nicht. Ich glaube, wir sind schon wieder tot. Und ist... Ah, come on! God damn it! Ich glaube, in dem Kampf hätte ich jetzt nicht so viel anders machen sollen. Äh, können. Fuck you! Spiel... Nee, nee, nee! Gib mir scheiß Max Trefferpunkte! God fucking damn it! God fucking damn it! God... Okay, ich lasse es schon. Zwei Feuer, drei Feuer, vier Feuer, aber noch fünf irgendwo? Nein. Wir haben aber vier mit einem Shop. Nur eine Elite haben wir noch nicht wirklich bei. Wir haben eine Elite und einen Shop vorher und dann noch einen Shop. Wir haben ganz viele Shops, eine Elite. Wir können noch mehr Elite machen, aber nachdem ich die Elite scheinbar schon einen einzigen nicht überlebe, wobei es natürlich auch genau der ist, um den ich nicht gebeten habe, beim Spiel, ähm, dann, äh, dann, dann, dann... Wären zwei auch zu viel, würde ich mal sagen. Einmal draufgehauen, zwei haben wir verteidigt. Ich hasse dich. Ich hasse dich also. Gar die Kuschelwürmchen. Meine liebsten Freunde normalerweise. Haben mich im Stich gelassen. Schweinerei. Urerei und Pigamie. Lausige. Einmal... Also nichts... Ich meine, das... Das war jetzt als Zitat gemeint. Nichts jetzt im wirklich gegen... Weder Hurerei noch Pigamie. Beides schon okay. Rückwärtssalter oder Toll, je nachdem wie man es sieht. Schnelle Hieb, Rückwärtssalter, Schnitt. Ähm. Fuck you. Das leidst mir aber viel besser jetzt... Äh, nein, ich habe überhaupt keine Lust mehr. Ich habe überhaupt keine Lust mehr auf den Shars. 75. Jetzt hat der schon wieder 14 Scheißleben. Natürlich hat er 14 Scheißleben. Wie viel Scheißleben soll er denn haben? So, dass ich ihn gerade killen kann? Nein. Stehe ich nicht. Oh, die netten. Okay. Einmal dir draufgehauen. Jetzt blockt man dich wenigstens weg. Jetzt werden wir wieder geschwächt. Jetzt haben wir ganz viele Eingriffe. Zwei. Okay, ist besser als nix. I guess. Einmal draufgehauen. Vielleicht ein paar Eingriffe. Ein Neutralis. Ein Schlag. Das Leben ist schön. Okay. Da. Du weißt tot. Grindiger Schleim. Halt eine Karte. Ich weiß ja genau. Jetzt habe ich aber keine Messer mehr. Das ist nicht mehr das gleiche Spiel ist wie vorher. Ziemlich möchte das ein unerwarteter Eingriffe. Fuck you Spiel. Dann ist es so, dass das Spiel jetzt sterben sollte. Ich sollte aufhören zu fluchen. Aber ich meine in so einem Fall kann man das eigentlich nicht verlangen finde ich. Das wäre gegen die Menschenrechte, wenn ich jetzt hier nicht fluchen könnte. Wie ein Rohrspatz. Wieso fluche eigentlich Rohrspätze? Woher kommt das? Was sind die? Was ist ein Rohrspatz? Ist das eine Art Vogel? Für mich, für mich hört sich das an wie eine Art Vogel. Aber ich habe keine Ahnung. Rohrspatz. Soll ich mal Rohrspatz googeln? Damit neben der Flucherei wenigstens noch in so etwas wie Allgemeinbildung vermittelt wird. Rohrspatz. Rohr... 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 Sänger? Ja... Ich glaube es ist ein Vogel. Ich möchte mich nicht weiter damit beschäftigen. What the fuck? Okay. Ich bin wundet, dass sie sich für Rohrspatz entschieden haben bei den anderen Namen. Okay. Okay. Zehn Gold Eingriffstrank. Giftige Stichtäufe für Verschwimmen. Wir nehmen jetzt einfach ganz viel für Verschwimmen. Irgendwann hat gesagt Stake verschwimmen. Stake mal verschwimmen. Es ist ja eigentlich offensichtlich, dass ich selber das Spiel nicht mehr spielen kann. Also fuck it. Machen wir das, was die anderen sagen. God damn it. Verteidigen mich. Weil wir haben welche aufgenommen. Noch ein unermatteter Heap. Oh, das hätte ich gerne gekauft. Wir machen uns jetzt einfach immer schwach. Aber what's the point? Das ist auch kein wirklicher Punkt, oder? Solange wir noch... Oh, wir haben noch einen zweiten Shop. Ich soll es nicht ausgeben. Äh, also das Geld. Das macht alles keinen Sinn. Auf wem hauen wir denn drauf? Auf dich. Solange wir das Relikt noch nicht haben, meinte ich. Wie auch immer es ist, dass es das Schwächen besser macht. Oder was oder wie. Oder warum auch immer es ist. Jetzt haben wir ganz viele Schläge. Spiel. Ich hasse dich. Bis aufs Blut. Unerwartete Heap. Überlebenskünstler. Rückwärtssalto. Wonderful. Bam, Stee. Rückwärtssalto. Wieso mache ich den Rückwärtssalto? I don't know. Because I'm an idiot? Yes. That's why. Dankeschön. Hätte ich mich fast nicht daran erinnert. Fuck. Ich hätte natürlich Überlebenskünstler machen sollen. Drei Schaben mehr ausgefasst, als wir hätten müssen. Und jetzt ist er nicht tot. Ich meine, es wäre so oder so nicht gewesen. Da konnte ich jetzt erreden. Wenig dafür. Außer ich hätte vorher noch einen Angriff mehr gehabt. Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Ja, wir haben auch noch den Angriffstank. Vielleicht soll ich den dann benutzen, bevor wir schon wieder ins Gras beißen. Neutrali Motherfucking sehen. Und dann einmal Schlag. Und dann einmal Verschwimmen. Und dann einmal Überlebenskünstler. Good joke. Good joke. Einmal draufgehauen. Nochmal draufgehauen. Upsi. Und einmal verteidigen. Ich muss das Ganze jetzt am Ende führen. Zwei Schaden. Schon wieder genommen. Okay. Wir nehmen leider zehn diesmal. Als nächstes Mal bist du ihn. Und wenn nicht, dann nehme ich den fucking Angriffstrank, wenn ich jetzt keinen Angriff bekomme. Du Schlingel. Okay. 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 Dann nehmen wir Jäger. Bämst du. Jetzt kriege ich zwei Karten mehr. Yo. Come on. Ich sage nichts mehr. Die verteidigen, damit ich die Angriffe brauche. Die Angriffe, damit ich ihn verteidigen gern hätte. Yes. Yes. Poise. Poise. Ja, und es geht auch nur noch, es geht nur noch so weiter. Wenn ihr glaubt, in dieser Folge höre ich ihn nun auf zu heulen. Nein. Wie ein Baby. Man könnte auch statt dem Kommentar einfach die ganze Zeit ein weinendes Baby im Hintergrund laufen lassen. Käm quasi aufs Gleiche raus. Wobei, was man schon dazu sagen müsste, dann wüsstet ihr jetzt noch nicht, ob ein Rohrspatzenvogel ist oder nicht. Gewisse Vorteile habe ich schon. Geh bitte. Wieso jetzt der Kampf? Irgendein anderer normaler Kampf, wenn ich nur fünf Leben habe als der. Irgendein anderer. Irgendein anderer. Irgendeiner. Wurscht welcher. Einfach nur irgendein anderer. Oh mein Gott. Oh. Ja, also wir können jetzt dreimal verteidigen und dann mit zwei Leben überleben und dann ziemlich sicher das nächste Mal sterben oder wir können gleich sterben. Das sind unsere wunderschönen Auswahlmöglichkeiten hier. Weil ich muss nämlich zwei Energie aufwenden, um einen von den Dumpfbacken zu killen. Dann hätten wir noch fünf verteidigen. Block. Dann haben wir zusammen zehn mit den Lebenspunkten. Sie machen aber zwölf. Damit wir hops. Also, tun wir unser Leiden etwas verlängern. Let's go. Yay. Und jetzt sterben wir. Es ist nicht amüsant. Es ist so lustig. So lustig. Und da haben wir wieder alle flach. Vertrautes Gefühl. Geh scheiß ins Spiel. Okay. So. Neuer, neuer, neuer Kommentar jetzt. Moment. Gehen wir wieder drauf? Let's go. Es geht jetzt die ganze Zeit so weit. Ich schalte das YouTube-Video nicht aus. Ihr feuert sein, liebe. Und ein Shop. Hat das gerade geloopt? Das ist ja ziemlich schnell gewesen, wenn es jetzt gerade geloopt hat. Es hat gerade geloopt. Einen besseres. Babys kreien, wenn der Vater sagt, nein, nein, Baby kreiert, wenn die Mutter singt. Das ist das für eine Welt, in der ich nicht einfach... Es gibt gerade nur ein Video, das heißt One Hour of Crying Baby. Ich dachte, da gibt es etwa 10.000 davon. For what children cry? Six, okay. Newborn Baby crying. Autoversicherung abschließen ist auf Durchblicken Baby leicht. Das ist ein Copyright-Ding, wenn ich Werbung scharf spiele. Wahrscheinlich. Fuck you, YouTube. It's fine. Okay, ich lass es jetzt, bis wir verlieren. Dann wird es wieder eingeschalten. Beinarbeit! Let's go. Alles verziehen. Nein, überhaupt nicht. Alles verziehen. Spiel. Nicht im geringsten. Okay, wir spielen die Beinarbeit. Alright, alright. Wusaku mit Baum einverteidigen, weg ein Schlag. Let's go. Schluck Wasser nehmen. Schluck Wasser nehmen. Okay. Mit drei Schlägen. Aber wir hätten uns das eine behalten können. True story. Aber wir können uns auch einfach das Verteidigen behalten. Es macht nicht so einen großen Unterschied, oder? Es macht keinen so großen Unterschied, oder? Nein, es macht keinen so großen Unterschied. Äh, ich glaub ich behalte mir nicht Schlag diesmal. Weil, na. Er kriegt schon wieder Rüstung. Das heißt, ich kann ihn wahrscheinlich trotzdem nicht das nächste Mal killen. Uh, aber es ist zu knapp. 19. 19. Eh klar. Okay, das nächste Mal brauche ich drei Schläge oder zwei Schläge und dann neutralisieren. Okay. Hä? 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 Wir haben Schläge bekommen. Nice. 15 Gold, uralter Trank. Ausweichrolle ist super mit bei einer Beine zusammen. Das machen wir gleich. Bisschen Ausweichrolle stacken ist eigentlich das gleiche wie ein bisschen verschwimmend stacken. Solange man genug davon hat. Wenn ein Verteidigen los wäre, wenn wir natürlich auch immer einen Schlag los wären. Keine Frage. Ich möchte jetzt bitte nicht drauf gehen. Wenn das in irgendeiner Weise möglich wäre, wäre ich dir sehr verbunden. Liebes, schönes Spiel. Please. Don't kill me. Zweimal verteidigen. Ich glaube, das sind alle unsere Schläge, oder? Alle, die wir besitzen. Immer, wenn ich die Beinarbeit bekommen könnte, wäre das 1a super. Dankeschön. Vielen Dank. Das ist wie immer ganz lieb. Einmal Ausweichrolle. Verteidigen. Überlebenskünstler. Ähm, dumm, 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 dumm. Wusa, wusa. Alles ist gut. Schallalala. Einmal Beinarbeit. Einmal verteidigen. Und dann dir mal ein bisschen aufs Maul gegeben. Auch wenn es wesentlich zu wenig ist. Ich meine, die Karte bringt ein bisschen was bei den ganzen Benommen. Die, die Macht meine ich. Ähm. Die könnte ich natürlich nicht killen. Aber es ist auch nicht so, als hätte man eine große Ausweichmöglichkeit darin Wasser machen. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich lieber das Benommen los, statt mir den Schlag zu behalten. Wenigstens 10 Block. Nein! Ich möchte keinen Benommen behalten. Dankeschön. Das heißt, wir haben beim Feuer ausruhen müssen. Das heißt, unser Neutralisieren wird immer noch nicht verbessert sein. Das heißt, ich bin eh schon garantig. Aber wir können immer noch sterben. Falls wir sehen, wenn er aufhaltet. Wir haben gute Chancen jetzt noch zu sterben. So, jetzt wirst du mal gekillt. Und dann gehen wir als nächstes auf dich los. Und noch einmal geblockt. Und das Verteidigen behalten wir uns. Einmal Schlag, zweimal verteidigen. Einmal Schlag, einmal Neutralisieren. Das heißt, wir fassen noch einmal 10 Schaden aus. Die Sicherheit wird immer 25 runter. Okay, wir haben uns Verteidigen. That's pretty much all, was wir haben. Wieder ein paar Benommen losgeworden. Wunderbar. Äh, einmal dir drauf gehauen, zweimal verteidigen. Ausnahmsweise keinen Schaden genommen. Das ist doch auch schon mal ein großes, großes Plus. Vielleicht hätte ich lieber das Verteidigen mir behalten sollen. Yeah, apparently so. Great. Noch einmal 10 Schaden ausge... Äh, fast jetzt einmal auf. 15 Leben. Ausweichrolle neutralisieren. Wir behalten uns am Verteidigen. Logischerweise. Also, diesmal können wir wenigstens keinen Schaden nehmen. Wenn man eine gewisse Schönheit an sich hat. Bestätigen! Wenn eine Karte überhältst du dich behält. Gar nichts! Einmal, zweimal, dreimal. Ja, bitte. Und jetzt bitte geben wir noch einen Schlag. Uh, das Neutralisieren reicht. Okay. Hey, wir haben eine Elite gekillt. Das Geschehenzeichen und Wunder. Deutliches, deutliches, tödliches Gift. Ähm, wir ruhen natürlich aus. Wenn das jetzt schon wieder Aristokrat ist. Es ist viel lieber, wenn wir der andere, der da. Das Spiel ist nett. Nice. Guter ausgeklügelt. Beinarbeit können wir zuerst spielen. Ausweichrolle hinterher. Wobei, war nicht unbedingt nötig. Aber ich würde gerne mit dem Gift anfangen eigentlich. Außerdem können wir uns den Schlag aufbehalten. Ja, also nächstes Mal müssen wir anfangen, sonst wacht wir für selber auf. Aber da ist jetzt das Gift definitiv dabei. Und neutralisieren und so. Das kann schon was. Oh, und wir hatten die fröhliche Blume. Das bringt natürlich auch was. Das Verteidigen behalten. Ausweichrolle. Schlag. Verteidigen. Dann ist 13 Block. Und das nächste Mal haben wir auch wieder 6 Block. Schon von selber. Tödliches Gift. Schlag. Und einmal Überlebenskünstler. Können wir uns wieder verteidigen behalten. Schlag. Neutralisieren. Schlag. Ausweichrolle. Ich meine, Teiligen können wir spielen oder nicht spielen. Das ist relativ wurscht. Neutralisieren ist da ganz gut. Schlag. Schlag. Und wieder einmal Überlebenskünstler. Jetzt habe ich kurz verwirrt, was was ist. Was ist abwerfen, was ist behalten. Ich meine, das ist relativ wurscht bei 2. Verteidigen, aber trotzdem. 10. Ich meine, das nächste Mal. Ich glaube, das nächste Mal greifst du schon nicht mehr an, oder? Ich glaube, bis du wieder eingreifst, bist du eine Neto. Das ist das Beste, wenn ich zweimal verteidige. Okay, wir haben beide überlebt. Äh, Elite mal dabei überlebt zumindest. Und mein Rückerzeit ist grundsätzlich eigentlich gut. Ich weiß nicht. Ist auch wieder nicht so gut. Ich kann ein bisschen Leben bekommen. Jetzt sind wir zumindest noch 3 Feuern. Irgendeinem davon werde ich hoffentlich auch noch Neutralisierung verbessern können. Und die Beinarbeit würde ich eigentlich auch gerne verbessern. Äh, 7. 7 für einen Moment. Nachdem wir gleich beide eingreifen. Die völlig gestörten. Einmal durchgekillt. Äh, einmal Gift und einmal Zusammenrollen ausgelöst. Einmal gut ausgeklügelt. Und dann nehmen wir Überlebenskünstler noch mit. Ah, Idee. Hm. Ich werde noch einen Strahlicenz lieber. Mein Handwerkszeug für 0 ist eigentlich cool. Ich ruhe hier aus. Äh, einmal Beinarbeit. Einmal gut ausgeklügelt. Einmal Überlebenskünstler. Und einmal verteidigen. Weitens mal einen Schlag. Also ich rolle, kommt auf 6 gerade mal. Oh, wir hatten gerade Blumen, wie es aussieht. Hm, das ist jetzt eher sehr, sehr scheiße. Ich habe mir keinen Bock, jetzt da noch Depper-Carn zu nehmen. Was ist das, ja? Ist das Kartenbehalten oder was ist dieses... Ah, das ist das von Handwerkskunst jetzt. Ähm... Neutralisieren einmal. Uh, warte mal. Ich hätte ich killen können. That was stupid. Richtig immer noch killen. Acht plus sechs, ja. Okay. Ich hätte nicht den, äh, Schlag wegwerfen sollen in dem Moment. Wenn wir mehr tötliches Gifts und sonst einfach die Angriffe wegwerfen. Was den Neutralisieren noch besser machen. Und wenn möglich Beinarbeit. Uh, cool. Na, gib uns immer von Anfang an tötliches Gift. Ähm... Okay. Jetzt müssen wir das nur überleben. Es ist der einfachste Endpost, aber ich weiß eh nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was hier passieren wird. I'm too scared. Und Gift ist eigentlich ziemlich gut gegen den eigentlich. Ist eigentlich ziemlich gut gegen den eigentlich. Er ist... Er ist... Deutsche Sprache. Wunderschön. Einmal aus, was ich rolle. Ähm... Das läuft nicht so wahnsinnig toll. Das ist unbedingt abbekommen müssen. Die eine Million Schaden, circa. Verhalten, verteidigen für einen Moment. Wir werfen mal das ab. Tötliches Gift. Ausweichrolle. Mal verteidigen. Neutralisieren. Wieso hast du das immer noch? Wieso... Der ist so... Manchmal, wenn er sich verwandelt hat, übernimmt er den Block. Wir werfen mal das weg. Tötliches Gift drauf. Verteidigen. Nochmal verteidigen. Und wir nehmen Überlebenskünstler mit. Elf Block. Ein Schaden passt schon. Nehmen einen Verteidigen mit wieder. Und mal das Verteidigen weg. Zwei Gift drauf. Ein Schlag. Zweiter Schlag. Und dann neutralisieren. Und wir behalten uns den Schlag. Ich meine, jetzt hat er schon ganz ordentlich Gift drauf. Das hilft schon einiges. Äh... Da gibt's mal einen Schlag weg. Einmal Ausweichrolle. Verteidigen. Ich meine, schlagen bringt nicht einmal was. Aber... Was soll's. Ich meine Überlebenskünstler mit. Wir machen definitiv das. Mal neutralisieren. Und dann einfach zwei tödliche Gifts. Okidoki. Ähm... Wir brauchen nicht so viele Verteidigen. Ich würd gern die machen. Einmal schlagen. Zweimal schlagen. Einmal verteidigen. Und dann nehmen wir den Überlebenskünstler mit. Einmal schlagen. 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 Einmal neutralisieren. Wir sollten den Überlebenskünstler und der den Kampf werden wir wohl gewinnen. Ausnahmsweise. Ihr werdet es nicht glauben. Aber... Ohne gelogen zu haben. Wir haben das erste Level. Geschafft. Seit langem wieder. Äh... Klinger vergiften. Ist eigentlich gar nicht so geschissen. Auch wenn es nicht wirklich passt. Nicht wirklich eigentlich. Aber halt Gift mehr. Wisst ihr was ich meine? Es hat mehr Giften. Sie ist schon verbessert. Seine Karte mehr. Ein winziges Haus. Ronische Kuppel werden wir alle sauer. Aber bei dem Defensive Deck ist er immer da. Wo Ronische Kuppel am meisten Sinn macht. Ich glaube ich nehme Ronische Kuppel mal wieder. Wir haben jetzt eh die ganze Zeit verloren. Ohne den ganzen Schatz. Ok. Kurzer Cut. Wie lange habe ich jetzt eigentlich schon aufgenommen? Oh mein Gott. Äh... Ja. Kurzer Cut. Bin gleich wieder da. Da da da. Da wäre ich wieder. Man hätte auch da bleiben können. Wenn man bedenkt. Dass das Video wahrscheinlich noch genau 2 Minuten dauert. Aber... Ich wollte trotzdem nachschauen. Ob meine Suppe nicht überkocht. 1... 2... Ja. Es hat zuerst noch viel Feuer ausgesehen. Und dann waren es doch wenige. Ok. Da sind es 2. Moment. Lässt ich damit das anfangen? Nein. Selbstverständlich nicht. Selbstver-fucking-ständlich nicht. Mit 223 Gold zwei Shops könnten sie sich fast lohnen. Gehen wir trotzdem da doch. Ok. Ok. Einmal das der Falle. Verleih mal Ausweichrolle. Das ist wahrscheinlich nicht ganz genug. Wenn wir einmal verteidigen. Haben wir irgendwann schon Gift drauf? Dann machen wir mal Klinge vergiften. Mehr, mehr nicht verteidigen. Perfekt gemacht. All right. Du kriegst noch mal ein bisschen mehr Gift drauf. Wir machen das. Wir verteidigen natürlich einmal. Äh. Nochmal mehr Gift. Nochmal mehr Gift. Damit du nächstes Mal definitiv hin bist. Das wärst du so auch gewesen. Aber auch egal. Ah ja. Du bist auch noch ein leichtes Problem. Du bist stärker geworden. Ok. Jetzt ist der Terror, der noch nicht stärker geworden ist. Das ist natürlich auch nicht wahnsinnig intelligent. Einmal die drauf gehalten. Ich hätte lieber den drauf fahren sollen. Der. Ähm. Der. Weniger Leben hat. Ne. Wer hat den los? Bämstieb. 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 Hast du dich wieder stärker gemacht? Please stop. Ähm. Ich will ihn mal definitiv da jetzt runterholen. Wenn der mit 5000 Stärke da tockt. Und wir behalten uns den Überlebenskünstler dabei. Ok. Das heißt du wärst einmal tot. Wir hauen weg. Dich. Und hauen. Eins. Zwei. Drei. 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 Ist alleine gestorben. Tückischer Schlag. Kalkuliertes Risiko. Nein. Ich bin typischer Schlag. Bereits. heartbeathä Ist dass es immer gratis gerade. Oh. Ich wollte eigentlich noch nicht auf fortfahren klicken. Egal. Gut ausgeklügelt. Klinge vergiften. Tödliches gift. tödliches Gift. Einmal, zweimal. Und wir behalten es den Überlebenskünstler. Er greift an diesmal. Okay, dann nehme ich zwei Schaden. Ist klar, wahrscheinlich macht er jetzt zweimal, aber es ist eh egal, zweimal die Debuffs. Einmal das Leider und einmal das andere. Ja. Äh, zuerst Handwerkszeug. Schau, dass wir dich zuerst bekommen haben. Das ist sad. What a fucking story. Ähm, wir können mit Überlebenskünstler dich wegwerfen, dich machen und dann auch noch dich machen. Nicht verwundbar sein. Das ist immer so schlecht. Wenn ich eine Karte dich abwerfe, einen Benommen werfe. Neutralisieren. Schlag. Schlag. Ich werde noch nie wem was kaufen. Verletzlich sein. Äh, einmal verteidigen wegwerfen. Einmal Schlag. Und du bist tot. Okay, hätte schlimmer laufen können. Er hätte natürlich auch besser laufen können. Krähenfüße? Ich weiß nicht. Kann man nicht mal ganz nett sein. Hm, am ehesten... Verliererstrahlen sitzt. Dass man den angreifen kann, hatte ich vergessen. Oder noch nie gesehen. Äh, einmal, zweimal... Du greifst wahrscheinlich jetzt an. Und ein totliches Gift drauf. Nee, jetzt ist es gut gewesen, wenn ich nicht wollen, ich schon eine Kugel gehabt hätte. Ich gebe sie zu. Ich gebe sie zu. Jetzt greift aber echt sicher an. Oder nicht sicher. Aber relativ wahrscheinlich meine ich mit sicher. Nein, das sage ich hier. Ähm... Ja, das dann mal weg. Ich kann das gratis spielen. Das spielen. Das spielen. Aua! Ich habe immer noch zu viele Schläge. Ich sollte mal ein paar Schläge loswerden. Die ruinieren mir hier den ganzen Spaß, meine Schläge. Oh, du bist tot. Cool. Love it! Äh... Ich glaube, wir heilen da. Hm... Gibt es hier etwas, was ich unbedingt schmieden will? So sehr, dass ich vielleicht sterbe, wenn ich es mache? Na... Ruhen wir uns lieber aus. Ja, vor allem, wenn da gleich noch eine liegt jetzt. Aber das war die richtige Idee. Nein! Oh mein Gott! Why? Gut ausgeklügelt. Das ist nicht einmal ein guter Anfang. Oh, ist das ärgerlich und nervig und blöd! Ich hab' es mit keinen Niemals einhergegeben, was mich dran gefällt. Ja, na, hab' ich die ganze Behalter, ich habe auch keine Lust drauf. Ui, 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 ui! Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Aaaa, die werden jetzt ganz, ganz über. Iii, ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Wir müssen hier alles spielen, also Geh auf dich los zuerst Bämst die, bämst die, bämst die Einmal auswählte Rolle Einmal Handwerkszeug Haben wir dich gekillt? Yes Einmal verteidigen, verteidigen dich nochmal Keine alten Sachen Um 17 leben für den Giz Das könnte schwierig werden Tödliches Gift, einmal, zweimal Schlag bringt nichts, also noch einmal Äh, ist eigentlich ziemlich wurscht Das ist gratis, dämst die Ich meine, Unheil macht natürlich eigentlich schon Sinn Aber ich muss ihn dann einmal Ja, da muss ich jetzt Schläge loswerden Oh mein Gott, noch eine verbesserte Beinung wird Schlag weg Wenn wir nochmal einen Schlag loswerden It would be the beautiful The most beautiful thing In the world Ich meine, ich verstehe mir noch nicht, wie ich Den überhaupt überleben kann Den nächsten Kampf, aber Schauen wir mal, wenn wir gleich beide Beinarbeiten bekommen und so Dann liegt es vielleicht irgendwie drin Nein Ich bringe eine Beinarbeiten Ich glaube, das Dingi greift mich leider an Wir kennen einen von beiden killen Ähm Wir müssen ihn, glaube ich, als erstes killen Okay Trinken das einmal Nur für den Fall Ich glaube, er greift nicht an Und Er macht Zielstärke Jetzt greift er, glaube ich, an Oder er holt schon neue Leute Ich weiß es jetzt nicht ganz genau Hier müssen wir leider irgendwann killen, das jetzt schwierig wird Natürlich Äh Wir können eigentlich alles spielen Nein, wir können nicht alles spielen Ich glaube, wir werden dann schlaglos Ja, aber ich bin vielleicht dann schon jetzt tot Wenn ich das nicht mache Also, wenn ich nicht das verteidigen behalte Dann muss ich es so spielen Ich glaube nicht, dass er jetzt schon ist Ich glaube, nächstes Mal greift er an Ja, jetzt geht's los Ah, okay Doesn't matter It doesn't matter at all Okay Nochmal kurz Ich hoffe, wenn mir das so Spaß gemacht hat Zuzusehen, wenn das der Farbe Lasst dann einen Like Oder abonniert den Channel Aber vor allem schon beim nächsten Mal Wenn ihr vorbei Vielen Dank fürs Zuschauen Baba